Die Idee von dem FitFinder, dass wir nicht messen müssen und trotzdem von einem Werkstück bis maximal 76,2 mm Stärke genau die Hälfte finden können. Und das geht beispielsweise bei Rundhölzern, um das Zentrum zu finden. Zeigen wir einmal. Aufs Material auf und habt dann hier drüben genau die Hälfte und kann dann entweder mittels Bleistift oder mit der Spitze genau die Mitte anreißen. Was wir jetzt machen wollen, ist eine kleine Überplattung mit den beiden Kanthölzern. Dazu müssen wir praktisch auf beiden Seiten die Hälfte wegschneiden. Materialbreite beachten und können damit jetzt unser Sägeblatt auf die richtige Höhe stellen. Wir haben die Schutzhaube schon entnobben, weil wir ja nicht das Material schneiden. Dazu nutzen wir natürlich einen Gehörschutz und eine Schutzbrille. M うm M L糟 M M Bis zum nächsten Mal.